und da wären wir auch schon wieder bei lego star wars die skywalker saga auf der suche nach dem finale wir wollen diesen teil beenden die letzte mission wartet auf uns denn wir wissen ja dass wir wissen ja dass wir wissen nicht mal wieder hochkommen gut dann hoffen wir einfach mal dass sie der weg ist wissen ja dass jedes level dass jede haben wir ziemlich cool damit findet es auch ziemlich einfach auch nicht vergessen bist du hier um das glänzende ding mitzunehmen ja ich weiß nicht wer es dahin getan hat aber die günstigste stelle ist das nicht nie echt was wirst du hier um das kannst du mir keinen tipp geben oder so kann ich nicht verstehen großartig nichts was sonst irgendwie bringt wir könnten hier natürlich z3po nehmen und schlüssel zu bekommen sehr gut jetzt haben wir ein kennwort erhalten das freut mich das freut mich nicht auch ja ha 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 easy ohne probleme maximal verliert probleme wir haben die talentiertesten können ihre wurf haken aus der luft abfeuern um die höchstgelegenen vorsprünge zu erreichen ich gehöre übrigens nicht zu denen ich traue mich noch immer nicht meinen wurf haken ohne stützräder zu verwenden ich danke für den tipp ich fragte mal damals sehr sehr geil guckt dort war man immer wie gebrauchen kann weil wir jetzt natürlich schon die hälfte und dabei haben wir nicht mehr so viel was kann man denn so holen klammer aus die gewappten brauchen wir noch nicht universale dolmetscher es ist alles schön und gut aber ich weiß nicht ob der ruide da vielleicht zu op ist aber nehmen wir doch einfach mal den stat boost jetzt mal 8 boost weil es ja alles sich multipliziert sollten wir also relativ schnell auch wieder unsere stadt zu weit haben ich wüsste jetzt jedenfalls nicht weshalb das weit zu lange dauern sollte wir sind ja jetzt schon wieder bei einer million weil wir hatten ja auch schon vorher eigentlich die million wir würden uns jetzt hier hinschicken ja das dachte ich mir sagen wir mal wir kommen da so nicht dran wir sind jetzt hier haben wir mal wälder ja ich würde doch eigentlich die rudentranspitzen oder ja das geht ohne probleme dafür ist es auch da ich brauche hier den kalber steiner mit gut ich glaube jetzt nicht dass das das schlaueste war was wir hätten machen können aber hatte ich hier auch mal schlaue ideen der schatz im schacht etwa noch dümmer als die idee davor aber gut wir haben es geschafft von daher beschwere ich mich nicht ja wir wollen hier hin und das auch nicht hin ich weiß nicht wir können unten bleiben sehr gut sehr gut sehr gut dann gehen wir direkt zum nächsten methion wenn hier nämlich noch ein kalber stein wäre den man hier ziemlich gut erreichen könnte war angegriffen so fühle ich mir ein wie können wir helfen wir müssen ein notsignal an unsere verbündeten im outer rim senden falls wir noch unterstützer haben heißt es jetzt oder nie kannst du die alte radarschüssel reparieren sieht ziemlich verbeult aus alles klar dabei ich werde inzwischen einen verteidigen wir müssen das notsignal schnell aussehen aber die schütte hat keinen strom und ist falsch ausgegangen die uns helfen hm 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 noch mal kurz und hier dran sehr schön sehr gut und nicht am strom spielen ganz wichtig ganz wichtig ganz wichtig ähm stimmt hier holmen da war ja was ähm oder mal raus das brauchen wir nämlich wir können etwas strom von dem wir abzwacken der macht sowieso nicht viel kann man da so reinschieben geht schon geht schon ähm ah perfekt hat er gerade noch nie angenommen ich finde es super wie ich finde da immer noch hängt großartig legenden mauchen der hängt da immer noch sieht aus als hätten wir es zum laufen gekriegt gut gemacht aber die schüssel selbst ist ein bisschen kaputt das darf gehen und sie reparieren ach komm schon also wirklich wie oft hat admiral akbar die neuen vor fallen gewarnt dass sie immer noch wie blinde hühner in sie hineintappen ist eine schande für sein vermächtnis tut mir leid ich bin eben ein riesen fan des admirals ja und ich denke er würde es sehr zu schätzen wissen wenn wir diese frischlinge aus den fallen befreien würden ihr befreit unsere leute akbar wäre stolz auf euch ich habe euch ihre notsignale übermittelt sieht aus als wären diese anfänger in jede nur erdenkliche falle getappt ihr werdet ein wenig rumreisen müssen ja großartig weil wir auch sonst nichts anderes zu tun haben aber dafür machen wir das ja was so einmal kurz die die batterien gewechselt in der hoffnung dass es jetzt besser läuft wir haben ja gelernt das ist ja die framebrüche sind unter anderem aber ein zeichen dafür dass Finn hängt immer noch dort dass wir die batterien aufgeben so es funktioniert wir haben es geschafft alle teamarbeit leute das notsignal wird gesendet und wenn niemand antwortet so ein blödsinn ich habe da keine bedingt hin komm hierher das musst du dir ansehen ich finde hängt immer noch er hat keine zeit um mehr zu kommen wir mussten ein bisschen abhängen ja und später jemand wer sich darum kümmern kann wir haben einen haken wir haben einen haken bei der sache bei den kopf seit nur anwenden ich liebe es großartig ich weiß nicht wofür es tut mir leid wir müssen uns um das geschütz kümmern bloß und dann nach das auch ja ich das muss ja eine die Es tut mir leid. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass du hier bist. Jetzt am Ende. Skywalker tut das, damit wir überleben können. Bist du zurückgekehrt, weil du mir vergeben willst? Weil du mich retten willst? Nein. So. Äh. Fett? Alle verfügbaren Waffenerfeuern! Verstand! Feuer! Oh Gott. Mach's halt noch offensichtlich. Es tut mir leid. Da bin ich mir sicher. Und... nein... nein... Ein paar neue Tricks gelernt. Was soll ich denn noch lernen, Junge? Nochmal! Feuer! Sehr wohl, oberste Anführer. Ähm. Wo ist er, den Stuhl? Gehen wir mal rüber. Es muss eine natürliche Öffnung geben, die auf keiner der Karten zu finden ist. So. Nein, es ist weg. Wir können einen anderen Weg finden. Immerhin wissen wir... Bei uns zerstören. Alles wird zerstören. Alles wird zerstören. Dann ist er so gut wie neu. Dann ist er so gut wie neu. Ja, ich bin der Verantwortliche, oder? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Noch nicht. Ich muss das hier nehmen. Ich muss das hier greifen. Okay. Den brauchen wir sowieso. Ja, okay. Gut. Dich brauchen wir hier. Also später. Aber wir können jetzt schon bauen. Ähm. Und du kommst dann... Hier hin. Ein Bohrer wäre ja langweilig. Oxytinom. Hat ja gesagt, so gut wie nicht. Es ist neu. So. Dann gehen wir mal weiter hier. Großartig.